Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man in Word eigentlich die Seitenzahlen ab Seite 3 oder sogar höher mit 1 beginnen lassen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Vor mir habe ich in Word jetzt mal eine Projektarbeit mit einem Deckblatt auf Seite 1, mit einem Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 und ab Seite 3 einem Fließtext geöffnet und ich möchte jetzt einfach, dass meine Seitenzahl hier auf Seite 3 mit der Seitenanzahl 1 beginnt. Zuerst einmal sollte ich unbedingt hier oben bei Start rechts rüber zu Absatz wandern und hier einmal dieses Symbol anklicken. Das bedeutet einfach alle anzeigen und dadurch kann man die ganzen Formatierungen im Word um einiges besser erkennen. Als nächstes gehe ich auf meine Seite 2, also auf mein Inhaltsverzeichnis hier, klicke einmal ganz unten hin und jetzt muss ich hier oben auf Layout drauf gehen, dann links rüber zu Umbrüche und wenn ich das Ganze auswähle, kann ich bei Abschnittsumbrüchen jetzt die nächste Seite einfügen. Wenn ich das mache, wird automatisch hier ein Abschnittswechsel eingefügt. Hier drüben entsteht noch ein kleiner Absatz, den ich jetzt einfach mit der Tastatur mit Entfernen wegmache, dass das Ganze optisch wieder schön ausschaut und durch diesen Abschnittswechsel erkennt Word einfach, dass Seite 1 und Seite 2 eine andere Formatierung haben soll als Seite 3 und die ganzen Seiten danach. Ich kann jetzt hier bei meinem Fließtext bei Seite 3 also hier unten einfach mal einen Doppelklick mit der Maus reinmachen. Dadurch öffnet sich auch schon meine Fußzeile und jetzt muss ich hier oben links einmal auf Seitenanzahl drauf gehen. Dann Seitenende auswählen, da es ja in der Fußzeile ist und nicht in der Kopfzeile und hier kann ich eine beliebige Zahl auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier und schon wird meine Seitenzahl überall eingefügt. 1, 2, 3 und das muss ich jetzt natürlich auch noch abändern. Du kannst sehen, dass mit dem Abschnitt hat super hingehauen. Hier einmal Abschnitt 2 und Seite 1 und Seite 2 sind Abschnitt 1. Jedoch sind diese Abschnitte noch miteinander verknüpft, was ich am wie vorherige hier gut erkennen kann. Um das Ganze aufzulösen, einfach mal hier unten hinklicken und hier oben in der Navigation auf mit vorheriger verknüpfen draufklicken. Dadurch wird jetzt die Verknüpfung aufgehoben. Ab und zu ist hier oben übrigens auch nur das Symbol zu sehen. Da muss man mal etwas genauer schauen. Und du kannst sehen, dass wie vorherige hier ist verschwundene. Nun kann ich hier in Abschnitt 1 nämlich ohne Bedenken meine Seitenzahl hier unten einfach mal rausmachen. Das mache ich ganz einfach mit der Tastatur zweimal weg. Zack, das Ganze ist auch schon entfernen und auch auf meiner Seite 2 ist die Seitenzahl automatisch rausgegangen und hier ab Seite 3 können wir sehen, ist meine Seitenzahl auf jeden Fall noch drinnen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass hier natürlich meine Seitenzahl mit der Seite 3 beginnt. Hier möchte ich jetzt einfach noch eine 1 herbekommen. Hier für meine Seitenzahl einfach mal markieren, dann einen Rechtsklick mit der Maus drauf machen, auf Seitenzahlen formatieren gehen und anschließend kann ich hier unten bei Seitennummerierung auf Beginnen bei draufklicken. Und hier ist jetzt auch schon automatisch meine 1 ausgewählt, so wie es sein muss und dann noch mit OK bestätigen. Und schon kannst du sehen, dass wenn ich hier auch wieder rausgehe, dass meine Seite 3 jetzt hier unten mit der Seitenzahl 1 beginnt und das Ganze laut Fließtext einfach so weiterläuft. Und somit haben wir das Ganze auch schon richtig geschafft. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch brennend interessieren, für welches Projekt bzw. für welche Arbeit du den Trick mit den Seitenzahlen hier benötigt hast. Schreib mir das Ganze gerne einmal unter dem Video in die Kommentare rein. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.